Badasz Ciuciak von Dardam. Sehr schwere Frage. Ich habe, glaube ich, mit Adam länger gespielt. Badasz war auch richtig guter Spieler. Nur, dass es ein bisschen spannend wird, ich nehme Badasz. Das schwerste, Ferenc Puskas und Dominik Sobosley. Wenn das vor 30 Jahren wäre oder mehr, hätte ich ihn genommen. Aber ich nehme mich sehr.